In den letzten Jahrzehnten hat sich das Verhältnis zwischen Menschen und der Milch radikal verändert. Milch ist zu einem gefragten Rohstoff geworden, mit dem knallhart gehandelt wird. The whole agri-food chain is biggest economic sector for the moment. Milch ist billiger Rohstoff, der in alles reingemischt wird. Man arbeitet nur noch von Konzerne, von Kraftfutterindustrie, und selbst bleibt man auf der Strecke. Bauern haben mittlerweile eine überproportionalen Selbstverdrate. Farming is the best business of them all. Das ist eigentlich das, was man zum Überlegen denkt, ob das ganze System so richtig ist. Ich komme an Athleten. Wir produzieren mehr per Hektar. Wir produzieren mehr per Tier. Wir produzieren mehr per Tier. Die Politik der Europäische Union ermöglicht, dass wir ein Dumping in unsere Ökonomie verwendet werden. Wir wollen nicht sagen, dass wir in den Milch verwendet werden. Milch ist etwas, was erhöhter Verwaltung. Das ist einer der Faktoren, die erhöhter Verwaltung. Was passiert in meinem Körper, wenn ich trinken? Ja, das ist das Problem. Wir können nicht mit den Konsumenten sprechen, über die Gesundheit unserer Produkte zu sprechen. Also, sie wissen nicht. Wir müssen wieder vom Traktor runter und wir müssen Boden in die Hand nehmen und Boden verstehen. Wir müssen noch kurz auf 1-1-2-2-4-4-4-3-4-5-5-4-4-4-5-5-5-5-6-4-5-5-5-6-6-7-6-6-7-6-6-6-6-6.